Ich glaube, sie sind sauber, wenn ihr den Schatz geklaut haben und ihr Logbuch gelesen. Das kann sein. Sind ganz übliche Gesellen. Na? Erste Macht. Er hyperventiliert schon wieder so. Ja, okay. Oh, jetzt hat es schon wieder aufgehört zu regnen. Wo denn? Tut so Spaß. Ja. Ach, redest du von diesem R11, was keiner hat, oder was? Ja. Okay. Keine hier mehr reden. Ich denke, Herr Erz hat. Ah, Mann. Na, ich rege höhere. Uiuiuiuiuiui. Stein voraus, sie müssen lenken, sie müssen lenken. Ich lenke. Ja, das ist klar Wellengang. Mein Bett wird nass. Nein. Ich muss ihnen aber nicht wieder den Steuer. Das funktioniert so nicht. Tja, wenn die Wellen nur mitspielen würden. Ich kann mich nicht entscheiden. Okay. So, alles zu. So, alles zu. So, alles zu. So, alles zu. So. So, wir machen. So. wir wollen auch noch sicher ankommen richtig wir müssen weiter rechts nicht dass hier ein schädel abhanden kommt auch um gottes willen nein das wollen wir nicht noch drei grad nach rechts mehr und sie würden direkt auf zum steuern muss aber um den felsen darum immer die lausche aufsperren ich habe nur so einen pfeifen im ohr es ist weg und ein wettersgeschenk daneben daneben aber weit daneben alter wo wollten die denn hin wie ist der kurs kurs wäre ja ist perfekt eigentlich so rechts bist du komm mal da hinten ist ein penis ich wusste ich hab's mir nur gedacht ein bisschen wütlich halten dann kommen wir direkt drauf zu jawohl ich sehe es schon am horizont ja mach mal ja moin lustiger ist ich hab die fenster aufgemacht als es geregnet hat und ganz laut ja moin rausgerufen und gegenüber der gruppe erst mal druck an ja moin welt ja weil ich so laut der moin gesagt haben ja mein gut du bist halt freundlich ja gut nacht nimmerland ich sehe ein pulverfass ich habe sogar zwei ja wohl verdammt Und bitte, also wenn ich was kann, dann parken. Richtig. Parklicht anmachen, geht schon. Wollen wir mal schauen. So, wieder da. An dem Eingang zur Sharkbait Cove, gen Norden. Fernab vom Regen führt ein Lied dich zu deinem Segen. Norden? Ja, Regen wär wirklich ein Segen. Hier hat's grad geregnet. Gen Norden. Fernab vom Norden, oder? An dem Eingang zur Sharkbait Cove, gen Norden, Fernab vom Regen. Ach so, ja. Denkestark vom Wasserfall oder so. Was ist denn? Ja, hier sieht's leider. Fernab vom Regen muss vielleicht irgendeine abgetrock... Entweder eine Höhle, oder eine ausgetrocknete Stelle oder so vielleicht. ... 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 Soll man da jetzt auch ein Lied spielen oder? Ja, ein Lied spielen. Hier ist ne Höhle dabei, passiert nix. Genau. Moment. An dem Eingang ist der Schaltpunkt hier auf dem Norden von Affenregen, wo der Liebste verliebt. Der Eingang nördlich. Also der nördliche Eingang ist da wo das Schiff steht im Moment. Ja, ja. Hier ist auch ne Höhle, aber ich hab grad Musik gespielt. Am Eingang ist der Schöckbeck-Cave? Oder noch? Ja, ich hab auch. Den Affenregen? Nein. Hm. Den Affenregen. Hm. ja da war ich eben schon und hat musik gespielt hat aber nicht gebraucht nichts geworden das lagerfeuer bei den überresten des angellagers am ufer gehen südwesten das lagerfeuer bei den überresten des angler lagers ich habe das angellager ist und selbst gebautes zählt haben sieben schritte gen süden hallo 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 er ist hier gerade gestärbt diese arme arme reisende ich krieg jetzt einer das macht der sinne brandner feuer das ist gemeint hier zu fischer unterstand da gehst du dann sieben schritte gegen süden da gehst du dann sieben schritte gegen süden das lagerfeuer hier ist es wohl nicht ich glaube es ist aber im inneren ring und ich wage mich zu erinnern dass ich mal diese aufgabe schon hatte ja das sieht sehr gut aus sind deine truhen und taschen leer war noch blunder valley über das meer mal dabei untersuchen habe zum ersten mal meinen sohn der weg getroffen zumindest behauptet er mein sohn zu sein aber wer so gut aussieht kann nur von mir stammen naja weil nicht ansicht sache ja aber die aussage ist schon gut selbstbewusst ja war übrigens im äußeren ring hat sich ihr gehirn wieder mal verschätzt ja es ist schon alt und verteilt liegt doch am auge das polverfass haben sie geholt habe ich hinter dem ruf auf was das polverfass habe ich hinter dem ruf auf was ja gesehen die flugwelle hat ein bisschen mitgerissen das macht aber einen rums du ja moin da ist denn das hier so düstere ja moin ok wo ist das richtig nächste insel befindet sich direkt im norden norm muss kurz kanonenkugeln weg tun also oh oh der höre ich ein aber der ist nicht lustig der ist hinter uns rechts von uns da oben oh wir laufen ein bisschen auf wir laufen da kommt ein bisschen wasser rein hinten wieder am kopfkissen nein oh 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 jetzt links von uns nein nein also ich höre ihn aber ich sehe ihn nicht Gott sei Dank Gott sei Dank warum das denn wenn wir ihn sehen ist zu spät dann ist er da ja aber 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 okay kein aber wie weit jetzt müsste die insel direkt äh hinten oder da links die von uns sein glaube ich Moment eine Moment ja gerade ne die ist eine weiter links ne also nicht die vor uns sondern links die daneben da ganz hinten ja ja ich habe ja